Opa, erzählst du mir eine Geschichte? Eine Geschichte? Eine schöne oder eine gruselige? Wissen Sie, wer Sie sind? Ich denke schon. Ich bin ein Mann. Weiter. Ein Vater. Ein Großvater. Polizist. Ja, gut. Witwer. Ich habe Ihre Sachen gepackt. Ich konnte mich endlich dazu überwinden. Sie sind im Karton. Hast du Inge Böck je betrogen? Ja, warum willst du das wissen? Ich hatte irgendwie immer wieder das Gefühl, dass sie etwas verheimlichte. Dass sie mir nicht alles sagte. Bereit? Ja. Blingi Mundur, sind Sie da? Hören Sie mich? Ich glaube, es würde helfen, wenn Sie versuchen, ein wenig nachsichtiger mit sich selbst zu sein. Ich habe ja Sie schreien gehört. Wolltest du ihn umbringen? Nein, natürlich nicht. Ich glaube, Sie gehen zu hart mit sich ins Gericht. Wenn wir jemanden wirklich lieben, tun wir alles, was in unserer Macht steht, um diese Person nicht zu verletzen. Was wäre für Sie ein vollkommener Tag? Und wenn Sie sich nicht mehr weist, um das Feuer und das Feuer und da sind, wenn es ist, wenn Sie sich nicht mehr weist, wenn Sie nicht mehr weist, was da ist. Ich habe ja Sie nicht mehr weist, wie Sie nicht mehr weist, wenn Sie nicht mehr weist. Vielen Dank.